Hallo, hallo meine Freunde, let's play, CLC ist wieder am Start und heute mit einem Play Mittwoch, also sozusagen wir spielen ein Spiel Mittwoch und zwar heute ist ein Challenge und zwar 55 Barbaren Challenge. Und ich muss zwei Spielkämpfe machen und muss mindestens einen Stern holen und fangen wir an. Okay, ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den, okay, ich nehme den und greife ich schon. Genau, ich nehme den, ich nehme den. Ja, das sind wir jetzt raus. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Okay, ich habe es gesehen. Okay, nehmen wir jetzt einfach den. Ich habe wirklich 10 Minuten gebraucht, aber fangen wir jetzt an. Ich habe wirklich 10 Minuten gebraucht, aber ich habe wirklich 10 Minuten gebraucht. Ich habe 10 Minuten gebraucht, aber ich habe 10 Minuten gebraucht. Boah, der Angriff war noch schlimmer, aber egal für euch. Und das war es schon auch mit dem Video. Links und rechts findet ihr meine anderen Videos, mein random Video und mein letztes Video. Und abonnieren nicht vergessen. Tschau!